Guten Tag, mein Name ist Daniel Stelter, ich bin Ökonom und Strategieberater. Zurzeit beschäftige ich mich mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Das Ganze mündet in einem Buch namens Coronomics. Wir haben es zwar mit einer gesundheitlichen Krise zu tun, aber diese Krise ist nicht losgelöst zu betrachten von wirtschaftlichen Problemen, die sich bereits in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut haben. Und diese Krise, dieser Schock, die bietet uns die Grundlage und die Möglichkeit und den Anstoß, einen Neustart zu wagen. So wie wir als Gesellschaft bis jetzt reagiert haben, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch den Mut haben und die Kraft haben, endlich das zu tun, was grundlegend nötig ist, um künftigen Wohlstand zu sichern. Das heißt, Deutschland braucht ein Programm der Erneuerung. Das bedeutet vor allem Investitionen in Forschung, in Innovation, in Bildung, in Infrastruktur, in Digitalisierung. Und statt nach der Krise wieder auf die Bremse zu treten und zu sparen, sollte der Staat und sollten wir als Gesellschaft mehr investieren und weniger konsumieren als in den letzten paar Jahren. Das ist ein Programm, was umfassend ist. Das Programm ist ein wesentlicher Bestandteil von Coronomics und ist auch die Voraussetzung dafür, dass Deutschland auch in Zukunft stark genug ist, um eine wichtige und eine bedeutende Rolle in der Welt spielen zu können, um die Eurozone zu stabilisieren, um die EU zu stabilisieren, einfach um unsere Aufgabe in der Welt wahrzunehmen.